Bevor es losgeht, hier die Information. In diesem Podcast werden die Themen sexuelle und sexualisierte Gewalt, Suizid, häusliche Gewalt sowie Abtreibung behandelt. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Tele-Stamm-Disch. Hallo und willkommen zu Die Oma wird nicht geschubst, unserem Eberhofer Podcast hier beim Tele-Stamm-Disch. Ich bin Nestu und Theresia ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Theresia. Servus. Und sie wurde beim letzten Mal vermisst und uns war auch klar, also Siman hätte gesagt, vorneweg fehlt uns eine Kathi und sie ist zurückgekehrt. Hallo Kathi. Hallo, hallo. Ja ihr Lieben, wir sprechen jetzt über den vierten Eberhofer-Film, Griesnockerl-Affäre, der tatsächlich der erste Film war, der mir wirklich so richtig bewusst aufgefallen ist, als er in die Kinos gekommen ist. Und zwar ist er gestartet im Sommer 2017. Das war damals aber wirklich dann schon so die Zeit, wo Eberhofer-Filme ganz groß waren, vor allem im baiowarischen Gebiet, oder Theresia? Ich weiß nicht mehr, ab welchem Teil ich ins Kino gegangen bin, aber ich glaube, den vierten habe ich definitiv Albu-Kino gesehen. Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen, Kathi? Wahrscheinlich bin ich alle anderen... Also ich habe mit Eberhofer dann zum Suchteln angefangen, wie ich auf Erasmus in Schweden war, also war das 2021 irgendwann. Heutzutage was Heimatliches dann in Schweden, ne? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, da hat so jeder angefangen, über die zu reden. Da dachte ich, schaue ich mal rein, wie meine Mama schon mitbekommen ist. Und da in Schweden war, habe ich dann irgendwann angefangen, die alle mal zu schauen. Und habe dann auch so eine ziemlich kurze Zeit, so alle hintereinander, die es bis dahin gab, weggeschaut. Ist schon irgendwie amüsant. Österreicherin in Schweden guckt dort oder entdeckt dort baiowarische Provinzposse. Das ist schon ganz ulkig. Ja, Schalke, was soll die Filme alles erreichen? Weltumspannend. Europa. Ein Hoch auf die Globalisierung, sage ich da nur. Also, das sei hiermit gesagt. Auch eine Sache noch, das habe ich ganz vergessen. Bei Teil 3 warst du ja nicht anwesend, liebe Katharina. Deswegen ganz, ganz kurz. Gefällt dir der dritte Teil? Gefällt dir Schweinskopf al dente? Hast du dazu eine Meinung? Ich habe den jetzt ewig nicht mehr gesehen, aber ich kann mich sehr präsentend an diese Szene erinnern, wie sie diesen Schweinskopf im Bett finden. Das fand ich schon sehr lustig. Gut, dann gehen wir mal vom Schweinskopf weg. Aber keine Sorge, auch die Grießnocker-Affäre bietet wieder einiges an Mord und Totschlag. Aber auch die ganzen anderen Eberhofer-Sachen sind mit drin. Und die werte Anna hat uns wieder eine Synopsis eingelesen und die hört ihr jetzt. Grießnocker-Affäre. Leider hat der Besen von der Oma nicht geholfen, als der Franz Eberhofer mit ordentlich Restalkohol am Morgen nach einer rauschenden Polizeihochzeit vom schwer bewaffneten S.E.K. gewickt wird. Kollege Barschel ist mit einem Messer im Rücken dort aufgefunden worden. Und es ist ziemlich blöd, dass die Tatwaffe auch noch das Taschenmesser vom Franz ist. Des ist nämlich zweifelsfrei zu identifizieren. Sein Name ist eingraviert. Dass der dahingeschiedene auch noch der ungeliebte Vorgsitzte vom Franz und sein Erzfeind ist, macht es auch nicht besser. Gut, dass der oid-Hippie-Forder er mal noch ein schönes Alibi zusammenlehen kann. Ermitteln muss der Franz aber dann doch sein. Zum Glück ist der Kumpel Rudi Birkenberger zu steh, um gemeinsam mit ihm dem delikaten Feuer aufzuklären. Privat ist der Franz anhoch gefordert. Der Papa kocht vor Eifersucht, als die Jugendliebe von der Oma, der kauzige Paul, auftaucht es und sie Brot macht. Und nicht nur das. Der Baul verdrockt nichts anders. Und deshalb kocht die Oma nur eine Grießnuckelsuppe. Heikel wird es für den Franz anhoch, weil er bei der Freundin haarscharf an einem Heiratsantrag vorbeischramt. Danke. Das ist nett, dass du es auch mal sagst. Ja. Ja, weißt du, ich bin heute einen guten Tag, aber bin ich. Das muss ich ausnutzen. Bevor wir mal zum Tatort niederkalten Köchen kommen, will ich den Anfang dieses Podcasts nutzen, um über etwas zu reden. Das hatten wir schon mal, die Thematik. Aber die wiederholt sich halt hier auch. Und zwar, die Eberhofer-Filme haben echt ein gutes Gespür, dass sie wissen, wie man einen Film anfangen muss. Dass man gleich zu Anfang wissen will, was ist da los? Was passiert da gerade? Man wird immer so ein bisschen so ins kalte Nass geschubst. Und das ist bei Grießnockel-Affäre auch nicht anders. Ja, absolut. Also der Film fängt an mit einem vermeintlichen Amoklauf. Wie man dann herausfindet, ist das einfach eine Polizeiübung. Ja, genau. Also eine Polizeiübung. Und der Eberhofer hat halt so gar keinen Bock drauf. Also der ist halt so, ja, ich muss mal das machen. Ich hab Hunger. Lass mich essen gehen, genau. Und der Barschel, der auch im weiteren Film auch wichtig wird, spielt den Amokläufer. Und der kriegt dann vom Eberhofer eine Ladung Paintball-Farbe in die Fresse. Der Barschel ist ja durchaus eine, wie ich finde, besondere Figur innerhalb dieser Filmreihe. Weil er ja eine wiederkehrende Figur ist. Aber eine, und das können wir schon mal vorwegnehmen, eine wiederkehrende Figur, die auch nicht mehr wiederkommen wird. Denn sie stirbt ja. Was ich zum Anfang aber noch loswerden möchte, ist, was ich halt so besonders finde an diesem Anfang. Du siehst halt wirklich, wie Eberhofer, wie der total wunderbar gespielt von Sebastian Betzel, da sitzt er und sich eine Kippe dreht. Und um ihn herum ist irgendwie alles voller SEK-Beamte. Ja, alle mit Sturmwesten und Sturmgewehren und laufen da irgendwie durch. Und er steht da am Glander mit seiner Waffe so im Arm und dreht sich und schickt. Und die sind halt beide quasi komplett drin in der Rolle. Und in der Situation wollen halt das Training mehr oder weniger ernsthaft durchziehen. Aber er hat halt einfach überhaupt keinen Bock auf das Training. Ja, und das Besondere finde ich halt aber, wenn du den Eberhofer, die Figur, schon kennst. Also wenn Griesnocker-Affäre nicht dein Einstand in der Reihe ist, dann könntest du dir auch problemlos vorstellen, dass es wirklich ein Amoklauf gerade ist. Und dass der Eberhofer halt einfach gerade keinen Bock hat und sich lieber eine Zigarette dreht, als zu gucken, wie er den Fall lösen könnte. Und das, finde ich, ist schon eine Besonderheit. Ich habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, und ich habe dir ja versucht, so gut es gilt, der Reihe nachzugucken, war ich wirklich am Anfang überrascht, als dann hieß, hey, es war nur eine Übung. Wobei das eigentlich auf der Hand liegt, dass es nur eine Übung ist, weil kein Mensch würde, wenn es keine Übung wäre, so reagieren, außer Franz Eberhofer. Ja, definitiv, definitiv. Es wäre dieses typische, es ist einem eh alles scheißegal und egal, was das Leben einem wirft. Ja, wenn ich gerade keinen Bock habe, dann habe ich halt gerade einen Bock. Genau, man muss das jetzt auch noch sehen. Ja, genau, also genug Scheiße zur Zeit, ich habe da echt keinen Bock drauf. Ja. Er wird ja dann doch noch zu einem echten Fall gerufen, der Franz, und zwar zu einem Hof in Oed. Und ich glaube, dann könnten wir auch gleich mal starten mit dem eigentlichen Kriminalfall, oder? Stimmt, da gibt es ja auch noch andere Kriminalfälle diesmal, außer dem gefakten Amokio. Ja. Ja, dann wird es jetzt mal kriminalistisch. Tatort. Niederkaltenkirchen. Ja, Franz Eberhofer wird gerufen und wir lernen ein weiteres Mitglied der Gemeinde Niederkaltenkirchen kennen, nämlich Annemarie Hausladen. Ja, dieser Nachnamen. Ja. Dass sie mit Nachnamen Hausladen heißt, das ist das typische in Bayern, dass man Hausladen heißt, wenn du nie gehörst. Ich erinnere dir, ich habe mir eigentlich gedacht, okay, es gibt so viele verschiedene Namen, wieso jetzt den? Auf irgendeiner Seite, ich glaube Wikipedia, steht halt der Darstellernamen dann und dann steht der Annemarie Hausladen und ich sehe dann immer irgendwie so ein Komma zwischen Annemarie und Hausladen nach dem Motto, das ist die Annemarie, die hat ein Hausladen. Ja, ja, genau. Kathi, die Schauspielerin ist Österreicherin, die ist, okay, die Niederfraktion. Das habe ich nicht gewusst, aber ich kenne die aus dem Podcast. Die hat einen Kriminalpodcast. Wie heißt denn der? Darfst ein bisschen Mord sein. Genau, darfst ein bisschen Mord sein. Franziska Singer. Jetzt weiß ich, ob mir der Name bekannt vorkommt, daher, okay. Ich kannte die Dame noch nicht, sie macht aber auch hier einen guten Job und diese Annemarie ist halt wirklich tief religiös und kommt halt eben von der Wallfahrtsreise nach Lucht zurück und findet dann ihren Vater tot auf, der vermutlich gestürzt ist, und zwar den Tod gestürzt ist wegen der verdammten Kellertreppe. Und natürlich wissen wir alle, nein, 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 nein. Das war garantiert Mord. Oder hattet ihr? Oder hattet ihr eine andere? Nein, 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 nein. Nein, also wenn das, weil es am Anfang so inszeniert wird, dann weiß man, dass das irgendwas mit dem Laufen des Falls und wie wir es auch bei Winterkartoffelnknoten hatten, da kommt dann natürlich auf einmal diese reiche schöne Dame ins Dorf, dann muss das irgendwas damit zu tun haben. Das machen sie nicht umsonst. Aber die Frage ist halt noch, also die Frage ist wirklich, glaubt man, dieser Unfalltheorie, die halt logisch ist, weil der Vater, der schaut schon aus, er hat halt immer zu viel in Tuss und fliegt dann einfach blöderweise die Treppe runter. Und vor allen Dingen, also die Tochter hat im ersten Moment ja ein super Alibi, die war in Lourdes. Das stimmt. Wir erfahren dann im Laufe der Handlung halt eben noch, warum dieses Alibi auf Bombenfest ist, aber warum sie trotzdem mit dem Mord in Verbindung steht oder verwickelt worden ist. Aber wir haben ja schon gesagt, das ist ja nicht der einzige Mord und ich glaube, dass der zweite Mord, der ist ja für den Eberhofer an sich viel wichtiger, denn dieser Mord wurde ja verübt mit seinem Taschenmesser. Mit seinem Taschenmesser auf seinem Erzfeind, der auf der Hochzeit fünf Stunden davor noch einen Tod gedroht hat. Ja. Und das wurde auf Video festgehalten. Genau, genau. Und er war hart besoffen und er hat ihn mit der Waffen bedroht dann auch. Ja. Gemeint ist Polizeidirektor Bachschild, den wir halt im letzten Teil schon kennengelernt haben und der da schon relativ klar gemacht hat, dass er vom Eberhofer nichts hält und das beruht auf Gegenseitigkeit. Und der wurde halt eben nach dieser, ich nenne es mal Diskrepanz, auf der Hochzeit kurz dann abends tot aufgefunden, erstochen mit halt eben dem Taschenmesser von Franz Eberhofer. Und da muss man ganz klar sagen, ich als Rheinländer, ich habe eine andere Vorstellung von Taschenmesser. Für mich ist es ein Taschenmesser, Schweizer Taschenmesser, wo du halt auch eine Lupe und eine kleine Schere dran hast. Aber das Taschenmesser vom Eberhofer, das hätte schon Rambo auch stolz gemacht. Ja, jetzt muss ich nur mal schon sagen, das ist ja auch keine Taschenmesse, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, wie sie das immer bezeichnet haben. Das ist ja nicht eben so ein Minitaschenmesser so a la, man glaube es, das ist schon so. Das ist so ein Hirschfänger oder irgendwie irgendein Bezeichnung hat das auf alle Fälle, wo man schon sagt, okay, das ist nicht einfach nur da, um irgendwelche Kleinigkeiten zu machen, sondern das holt er ja raus, weil auf der Hochzeit gab es Schweinsachsen und das hat keiner Schleidenkehler mit den lapperten Messern und deswegen musste da halt eben das gute Messer raus. Übrigens, das ist eine der realistischsten Darstellungen der Gastronomie, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Du hast irgendwas bestellt, sei es im Restaurant, im Bistro oder zumindest bei einer Hochzeit und kriegst es nicht geschnitten, weil diese verdammten Buttermesser einfach nicht schneiden können. Aber da auch wieder schöne, wie wir schon gesagt haben, was die auch wirklich können, ist Filme anfangen, Charaktere einführen, auch wenn man den Barschel schon kennt, aber wie sie der Barschel und der Eberhofer das erste Mal aufeinandertreffen in dem Film, wo sie sich am Klo auf diese Hochzeit treffen und der Barschel in den Satetiergerät einsagt, was die ganzen Kollegen alle schon gesoffen haben den Abend und sie sich dort ja schon versprügeln am Klo, wieder wundervoll. Das ist wirklich, und vor allem muss man sagen, dass der Barschel auch wirklich sich wie ein Arschloch verhält. Also ich war da auch, also ich bin oft nicht Eberhofer's Meinung und finde auch, gerade wenn es halt um so Sachen geht wie zum Beispiel seine Freundin Susi oder der Neubau seines Bruders, da kommen wir in den späteren Teilen noch, da finde ich halt, agiert er wirklich wie ein Riesenarschloch oder Zitat von Eberhofer Senior, wie ein Hirsch. Aber jetzt in dem Fall muss ich auch sagen, dass der Barschel auch echt keine gute Figur da macht und ich dachte mir auch, dafür, dass er den Eberhofer so niedermacht, vergisst er komplett, dass er ja im letzten Teil eigentlich schon auch selber falsch lag. Also wenn es nach Barschel im letzten Teil gegangen wäre, dann wäre jetzt, glaube ich, halbniederkalt ein Kirchentod. Ja, weil er war sich ja sicher, dass die Brandleiche hier unser absolut geflohener Mörder ist. Ich meine, wenn so eine Leiche verbrennt, dann schrumpft der Verdächtige vor 1,80 Meter schon mal auf 1,50 Meter. Natürlich, ja. Wenn die Asche abfallen, das wolltest du machen. Ja, genau. Gut, auf jeden Fall kamen wir dann relativ schnell in dem Film so eine Szene, die fast schon wie eine Spiegelung wirkt zur Anfangsszene. Nur diesmal ist Franz nicht an irgendeinem Trainingseinsatz, sondern Franz liegt mit einem guten Kater und seinem Hund, wie passend, im Bett, wird von echten SEK-Beamten umstellt. Oh, ich finde die Szene so lustig, weil die SEK-Beamten so, das ist so voll übertrieben, der liegt nur so halb im Rauschkoma und da stehen irgendwie gefühlt acht SEK-Bewaffnete da rum. Und heute haben dann so, ja hier, wir würden sie gerne verhaften, könnten sie bitte aufstehen oder könnten sie bitte wach werden. Ja, die Oma, die mit dem Besen versucht, sie fuhrt sich auch. Das ist wirklich eine sehr schöne Szene, auch wirklich sehr, sehr lustig und es kommt halt eben dann, dass er dann mitgenommen wird, dann erfährt er halt, warum er verhaftet worden ist und dann lernen wir eine Figur kennen, die wir auch im nächsten Teil nochmal wieder sehen werden. Und die, wie ich finde, einen sehr schönen Kontrast zu eben Franz Eberhofer bietet, nämlich Kommissarin Elisabeth Mayrhofer genannt, finden wir sie. Und das ist ja wirklich so eine eiskalte, taktierende Bürokratin. Es ist eiskalt, da muss alles korrekt ablaufen und wie von Eberhofer ist sie auch richtig von sich überzeugt, nur alle anderen Eigenschaften sind eigentlich komplett unterschiedlich zwischen den beiden. Ja, sie holt sich halt quasi an die Regeln oder an die Vorschriften und macht es halt strikt nach Plan, so quasi wie man halt eben vorgeht. Für sie ist auch relativ klar, der Mann ist schuldig und sie kennt ihn natürlich auch schon, weil Eberhofer dem eilt ja ein gewisser Ruf voraus. Trotz allem kommt er aus der Untersuchungshaft frei, denn sein Vater bestätigt sein Alibi, auch wenn der Vater selbst nicht so wirklich gesehen hat, dass er in so nach Hause gekommen ist. Ja, ja, mit Zeichstadt und so, das ist dem Daddy ja egal. Noch besser ist nur dann die Stille danach, wo sich sein Vater so aufregt im Auto, dass er jetzt für ihn hat lügen müssen und wo er denn wohl, bitteschön, diese ganze Gewalt hier hat und ist halt mit da rein. Ja, also da muss man mal wieder sagen, also Isaac Rülp als Papa Eberhofer ist eine Wucht, ich liebe den Mann. Und ich finde, dass sie im Gegensatz zu ein paar anderen Figuren es immer gut schaffen, ihn adäquat einzusetzen. Es ist nie zu viel, also okay, ich muss vielleicht anmerken, jetzt bei der zweitsüchtigen Rera-Gouronne, wo gab es schon einen Moment, wo er da ausrastet, wo ich dachte, das ist mir ein bisschen too much. Aber dazu kommen wir in einer der nächsten Folgen. Aber hier ist es wieder so perfekt getimt und ich habe auch immer das Gefühl, dieser Isaac Rülp, der spielt das irgendwie nicht. Das wirkt halt so natürlich und so spaßig. Ich glaube auch, ich könnte dem Mann einfach nur zugucken, wie er einfach in seiner Latzhose irgendwo sitzt und sich einen Joint genehmigt. Das würde mich schon glücklich machen. Definitiv. Aber gut, machen wir weiter und wer jetzt denkt, aber ihr habt ja ganz viele unterschlagen. Ja, es gibt hier noch eine wichtige Figur, aber die ist für den Kriminalfall nicht wichtig. Die werden wir dann gleich behandeln. Keine Angst, Paul kommt noch. Es gibt dunkle, ja, die Oma hat dunkle Geheimnisse. Ja, aber nicht so dunkel, dass ich jetzt sagen würde, dass sie jetzt in diesem kriminalistischen Part da was zu suchen haben. Ja. Aber so wie gesagt, es wird doch emotional gleich. Bleibt dran. Kümmern wir uns weiter um den Kriminalfall, um den Mordfall und dann zu einem Wiedersehen mit, ja, the one and only Rudi Birkenberger. Ich weiß noch, dass ich es früher immer ein bisschen blöde fand, dass es ja manchmal echt lange dauert, bis Birkenberger endlich mal auftaucht. Aber irgendwie ist es auch jedes Mal schön, wenn er auftaucht, weil man, oder zumindest ich, dann immer das Gefühl habe, okay, jetzt geht's richtig los. Ja, so jetzt wird er mittelt, weil wir wissen alle, dass der Epofer alleine, ja, den Magen richtig in Griechen haben, aber sein Ohr schreckt halt auch nicht hoch. Ja, und sobald der Rudi dann kommt, der packt dann die Gelegenheit über dem Schopf und der kriegt dann auch die Sachen raus und alles und dann weiß man immer so, okay, jetzt geht's im Fall weiter und jetzt erfahren wir ein bisschen was. Wir erfahren dann, dass Baschel eine Witwe hat, Ivana, und dass die früher mal als illegale Prostituierte gearbeitet hat und der Baschel sie da aber rausgeholt hat. Und wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dann hat man, also ich zumindest, das Gefühl, okay, vielleicht geht die Geschichte darauf hinaus, dass der Baschel dann vielleicht doch kein so großes Arschloch war. Ja, aber das finde ich nicht, weil ganz, also es gibt ja ganz am Anfang eben, bevor der Baschel noch stirbt, gibt's diese Hochzeit, wo sich der Epofer und der Baschel ja auch streiten. Und da wird auch immer so auf dem Baschel, auf die Ivana so, wir sehen die Kamera halt ein und wie sie da sitzt und wie sie da auch schaut und wie sie auch im Baschel verächtliche Biege zuwirft. Also irgendwie checkt man von Anfang an, dass sie da nicht so glücklich ist in der Ehe und dass da vielleicht mehr dahinter steckt, als, oh, er hat sie gerettet und sie ist freiwillig bei ihm. Und wir erfahren ja auch dann, dass er ein paar sexuelle Vorlieben hat, für die, die sie nicht so abfeiert. Und da hatte ich auch wieder so, also es erinnerte mich so ein bisschen an Direktor Höppler aus Dampfmittelblues. Ja, das wollte ich dir sagen, es ist so ab und zu, es sind dann so Themen abgeschnitten, wo dann immer, wo man denkt, okay, so ganz jugendfrei ist es dann trotzdem nicht. Ist es nicht schlimm? Ja, also seine Passion, dass er Frauensachen trägt, so schlimm ist es halt nicht, aber spätestens, also wenn das halt rauskommt mit seiner, mit seinem sexuellen Geheimnis nenne ich es mal, dann wurde mir auch klar, okay, dann ist der, also nicht wegen seiner sexuellen Passion, sondern einfach menschlich gesehen, war er vermutlich echt kein so feiner Kerl. Und es kommt ja auch dann raus oder man lässt so ein bisschen so die Spur dazu hin offen, dass er vielleicht die Wahn auch nur deswegen halt in Anführungszeichen freigekauft hat von diesem Zuhälter, weil er halt eben dann jemanden hat, mit dem er ja so ein bisschen als Vorzeigefrau, versteht ihr? Ja, weil er doch unbedingt ein Kind wollte. Ja, beides, also einerseits vielleicht so eine Alibi-Frau und andererseits eben, weil er halt auch ein Kind wollte und dann so quasi über, ich hab dich gerettet, jetzt schenk du mir ein Kind. Rudi und Franz ermitteln halt munter weiter und die Ivana gibt auch relativ offen zu, dass sie relativ froh ist, dass ihr Mann über den Jordan krankt. Ja, die macht da wenig Geld raus und sie ist doch so, ja, also wirklich traurig bin ich da jetzt nicht, dass er tot ist. Aber irgendwie ist das ja, ich finde das immer bei Krimis immer das ganz gut, wenn das so ist, weil nichts ist schlimmer, als wenn du eine Figur hast, die dann sofort, was, mein Ehemann ist tot, oh nein, wie tragisch. Aber auch, die Ivana hat ein Alibi, weil sie zu dem Zeitpunkt, wie er gestorben ist, im Taxi saß. Genau, verdächtig, ne, wir haben zwei Tote und zwei Wasserdichte Alibis. Ja, wo hab ich denn das schon mal gehört? Franz und Rudi geben aber natürlich nicht auf, weil sie sind einfach ein Power-Duo und sehen dann tatsächlich, wie Ivana ihrem ehemaligen Zuhälter Geld zusteckt. Und die erste Vermutung ist, hey, vielleicht hat er ja den Mord begann. Genau, auf Dörksenmord. Genau, und es ist eine heiße Spur, aber leider hat auch Grablowski, oder wie heißt der, Grablonski, der hat so einen ganz komischen Namen. Grablonski. Jedenfalls hat der Grablonski auch ein Alibi. Damit ist das auch erstmal wieder vorbei. Aber sie werden dann gerufen zum Hof von Hausladens. Hausladenhof ist ein komischer Begriff, oder? Hausladenshof. Ja, Hausladenshof. Denn Annemarie hat einen Suizidversuch unternommen und gibt relativ deutlich zu verstehen, dass sie Mitschuld hat oder dass ihr Vater sich vielleicht auch wegen ihr umgebracht hat, wegen der Sähe, dass sie ihn umgebracht hat. Und dann erfährt Franz und wir auch, dass sie eine Abtreibung durchgeführt hat. Und die Vermutung steht sehr deutlich im Raum, dass der Kindsvater, ja, ihr Vater ist. Genau, und sie kommt dann, also sie wollte sich mit Tabletten dann umbringen, kommt dann ins Krankenhaus. Und wie der Franz halt nochmal zu ihr mag, um halt mehr darüber rauszufinden, taucht wir auf einmal auf. Die war da. Was für ein Zufall. Ja, die war halt zufällig auch im Krankenhaus. Mein Gott, jeder hat doch mal was. Ich weiß noch, bei der Erstsichtung war mir schon relativ klar, worauf es hinausläuft. Ich würde mich nicht als besonders clever hinstellen, aber spätestens hier muss man sagen, also meiner Meinung nach, ist die, also die Spannungsschraube geht jetzt nicht noch ein bisschen weiter. Jetzt ist relativ klar, was passieren wird. Zwei Fremde im Zugprinzip. Sie lernen sich irgendwo kennen, im Zug, in der Abtreibungsklinik und haben beide Wehen, denen sie gerne aus ihrem Leben reichen würden. Auch wenn es einen fremden Zug, weil der einen zumindest ein bisschen mehr Überredungskunst braucht, kommt, das ist, gibt es das Gleiche. Sie beschaffen sich gegenseitig ein Alibi, töten die andere Person, somit haben sie bastiges Alibi. Und wenn man nicht zuverlegerweise irgendwie draufkommt, dass man sich aus der Abtreibungsklinik oder im Fall von so einem fremden Zug im Zug kennengelernt hat, dann wird die Verbindung auch nie hergestellt. Ja, weil du halt wirklich merkst, die beiden haben ja null Verbindung, also eigentlich. Genau, ja, weil die Hofladen ist ja auch hochreligiös und hat, also auch was dann so in der Kneipe und so geredet wird, also gar keine Verbindung zu der Außenwelt, trifft keine Leute, bla bla bla. Und die Ivana ist halt eine ehemalige Prostituierte, die halt jetzt irgendwie in Deutschland Fuß fassen mag und ihr Leben in Ordnung bringen mag oder halt ihr Leben frei von dem Leben mag. Und das passt halt so gar, also du merkst, die haben so gar keine Überschneidungen, da gibt es halt so gar keine Berührungspunkte, wo sie sich eben hätten treffen können, bis auf eben die Abtreibungsklinik. Weil auch die Ivana war schwanger, wollte das Kind aber nicht. Und dann kommt es zum, ich nenne es mal vorsichtig, Showdown, der, ich weiß nicht, also man muss sozusagen sagen, ich finde, dass der mich ein bisschen erinnert vom Anfang, zumindest ja auch an Rera Gouronne, wo nämlich, man geht zu dem Verdächtigen hin und die geben relativ schnell zu, sie waren es, haben aber ein sehr gutes Argument auf ihrer Seite, nämlich eine gelahne Schroffinthe. Ja. Und es ist ja allen klar, das ist eine Komödie, die auch, sag ich mal, so gemacht ist, dass, ja, für die ganze Familie, der Film hat eine Elvis-Grad-Zwölffassung, aber das merkt man hier schon sehr deutlich, weil die Damen hätten das Problem auch schneller lösen können, indem sie einfach abgedrückt hätten. Aber nein, sie sperren Rudi und Eberhofer in den Keller. Aber war es vielleicht auch Zeit, wie sehr sie ihren Mames und Vater gehasst haben, dass sie dafür bereit waren, den Mord zu begeben und denen zwei sich so denken, okay, nein, die töten wir jetzt aber nicht. Ja, vermutlich haben sie sich gedacht, so dieser Eberhofer, den hassen wir, der bekommt jetzt die schlimmste Strafe, die es für ihn gibt. Zwei Stunden eingesperrt mit Rudi Böckberg. Genau. Ja, sie sind ja, sie wollten dann wirklich nur halt quasi das Übel in ihrem Leben loswerden. Sie haben jetzt keine eiskalten Killer, die jetzt ständig irgendwie ein Umgekehr wurden, wurden dann einfach jetzt nur abhauen und dann haben sie halt die gesperrt. Was ich hingegen wirklich ganz, ganz sympathisch finde, ist, dass hier gerettet werden durch Finn Lisi, die ja den beiden Damen auch auf die Spur gekommen ist, und zwar eigenständig. Weil, was ist ja ganz oft so, dass dann der eine Superkommissar hat den Fall gelöst und keiner hat ihm geglaubt, aber für Lisi, das kommt halt eben raus, hat er dem selbst ermittelt. Und das fand ich eigentlich ganz nett, dass eben auch mal gezeigt wird, ja, die Polizei macht durchaus ihren Job und das fand ich ganz, ganz angenehm. Ja, ja, und es endet dann halt damit, dass die zwei Alten kommen können, also die Anna-Marie und die waren Alten kommen können, weil sie eben halt Rudi und Franz vorgewandt worden sind, was der Finn Lisi nicht zutaugt. Und dann fragt es wieder so, ja, mei, sind sie halt weg, mei, ich meine, die werden keine anderen mehr umbringen, die haben wie du sagst, der ist nur das Übel in ihrem Leben beseitigt und ja, ist halt so. Aber mal eine kleine Frage an unsere Buchexpertin. Theresia, hast du die Buchvorlage gelesen? Nee, ich glaube, da habe ich nur das Vorbuch gehört und es ist wirklich lange her, von daher, also ich kann euch wirklich nicht mehr sagen, wo genau jetzt die Unterschiede waren. Also da gab es natürlich auch wieder Unterschiede, aber ich weiß sie leider nicht mehr. Weil ich tatsächlich in meiner Recherche sehr oft gelesen habe, dass das Ende wohl wirklich sehr, sehr krass von der Buchvorlage abweicht und das wäre natürlich meine Frage gewesen, inwieweit. Ihr da draußen, der uns zuhört, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wir wissen es gerade lange. Also ich bin mir echt nicht sicher, aber ich habe mir damals auch gedacht, dass das Ende sich abweicht und es könnte schon sein, dass die am Ende halt doch verhaftet worden sind, aber ich frage mich nicht mehr, wie sie es dann halt erwischt haben. Also es ist wirklich zu lange her. Tja, das ist also der Kriminalfall von Griech's Nockerle Affäre. Ich finde, das ist ein netter Fall. Ich finde aber auch, dass er halt ein bisschen abstinkt gegen dem im letzten Teil, dem Schweinskopf-Aldente. Tarete und ich haben ja schon im letzten Teil gesagt, das ist so der Eberhofer-Film, wo der Kriminalfall ganz, ganz, ganz doll im Zentrum steht. Und deswegen ist Resenhockerle Affäre kriminalistisch gesehen, finde ich zumindest, wieder ein Rückschritt, ohne es jetzt aber wirklich allzu werbend zu meinen. Was sagt ihr denn zur Kriminalfall an sich, Kathi? Ich löse dein Problem, du löst mein Problem. Ist jetzt nicht neu, das gab es ja schon in vielen Filmen und Varianten, aber hat mir gefallen. Und vor allen Dingen, weil halt einfach auch so ein bisschen auch der Eberhofer am Anfang im Fokus stand, so als erster Mordverdächtiger. So, weil, ja, es war sein Messer mit Namen graviert. Da könnte man nur noch Schleifel drunter holen und fertig ist das. Also diese Spannung damit, dass der Eberhofer da jetzt so sagt, das hält ja nicht lange an. Also das wird ja ziemlich schnell, kommt er ja wieder raus, das ist im ganzen Film vielleicht drei Minuten im Hefen und das war's. Ja, aber auch bloß weil er der Sepharder hat, dann ist das gefakte Anniby. Ja, genau, genau, aber das spielt auch nie wieder eine Rolle. Ich finde es halt auch witzig, weil sich ja, wo er dann dieses Verhör ist, wo er ja gefragt wird, was da los gewesen ist und wo er ihm das Foto vom Barschel zeigt. Und er dann sagt, der schaut aber scheiße aus. Also so richtig, mittlerweile war er ja auch nicht gekauft und so richtig unschuldig. Mitleid hat niemand mit ihm, also seine Frau nicht, also niemand hat so richtig Mitleid mit dem Barschel irgendwie. Er war ja ziemlich ausgewieselter, ja. Mochtet ihr den Kriminalfall an sich? Ja, ich mag diese, ich mag diese Prämisse von dem anscheinend perfekten Mord. Man trifft sich irgendwo und man beseitigt die Person im Leben der anderen. Ich mag diese, ich mag die Prämisse. Ich bin auch ein großer Fan von den zwei Fremden im Zug und so. Und ich mag das vom Konzept her. Und ich finde es wieder echt gut, auch wenn man es kennt, echt gut ausgespielt mit dem, wie sie sich kennengelernt haben und was ihre Motive sind dafür, dass sie die Leute tot haben wollen. Oder aus der Situation raus wollen und den Mord das einzige Ausweg sehen, nennen wir es so. Ja, weil es ja auch irgendwie realistisch ist. Das könntest du, also natürlich jetzt ein bisschen anders, aber es wäre auch eine Tatortfolge von dem Tipp, von der Thematik her. Ich möchte übrigens anmerken, wenn mir irgendwas zustößen sollte, Theresia und Kathi haben sich schon öfters mal getroffen. Ich sag's nur. Okay, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Kriminalfall von Griesnonger-Affäre loswerden wollt? Nö, nicht wirklich. Nö, gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um die Nebenfiguren. Der Rudi und der ganze andere Haufen. Hast du, endlich geht es um dich, um die Nebenfiguren. Das stimmt, ihr seid natürlich die absoluten Hauptfiguren. Und deswegen, hallo, willkommen zu Rudi und die ganzen anderen. Und dieser Film, der blubbert über vor Nebenfiguren. Vielleicht können wir einfach ein paar ganz kurz abhaken. Und mit ganz kurz abhaken meine ich vor allem Ignaz Flötzinger, der hier noch ein bisschen mehr zum Comic Relief Charakter gemacht wird, als noch im Vorgängerteil. Und wir erfahren, dass Ignaz Flötzinger mal wieder Probleme hat mit seiner werten Ehefrau. Denn die werte Ehefrau ist schwanger. Nee, das Kind ist schon da. Pardon, das Kind ist schon da. Tut mir leid. Und dabei hat sich doch der Flötzi, ja, ich darf ihn Flötzi nennen, ist mein Freund, doch eigentlich scherisieren lassen. Aber anscheinend? Beim Pfusch anscheinend. Ja, und dann ist auf einmal wieder ein Kind auf seiner Schoß, dass er auch das ein oder andere Mal irgendwie jetzt was hängen lässt. Mit in die Kneipe, das ist wirklich sehr lustig. Und dieses arme Kind, man merkt, dass es sein Kind ist, weil es hat auch schon eine Brille auf mit sechs Monaten. Und der Namenszug wird beibehalten mit dem bayerischen Namen und mit dem englischen Namen, weil das Kind heißt Amy Gertrud. Es ist so lustig. Diese Namen von den Flötzigen Kindern, Alter. Also, Ignaz Finn ist doch super. Ignaz Finn, ja, und Amy Gertrud. Was weiß ich, also, das ist ja eine Clara Jane. Clara Jane geht sogar noch, finde ich. Aber Amy Gertrud ist halt wirklich brutal. Ich finde, Ignaz Finn ist auch nicht besser. Ich würde mein Kind nie zu nennen, aber Amy Gertrud ist der Beste von den drei, aber... Ich glaube, da wären wir uns nicht einig. Aber die Kinder haben ja wirklich in diesem Teil eine gewisse Wichtigkeit. Also, wir kommen gleich noch zu einem, zu einer, ja, Vater-Sohn-Verhältnis. Mehreren Vater-Sohn-Verhältnissen. Tatsächlich, denn, und das ist, glaube ich, also, es ist schwer auszumachen, aber es gibt zwei Szenen, die ich großartig finde, also, von einer humoristischen Perspektive. Auf die eine kommen wir gleich. Ich sage nur Autofahren in der Nacht. Und die andere hat auch was mit Sohn und Autos zu tun. Eine Szene, von der vor allem unsere gescherzte Kollegin Theresia großer Fan ist. Es sind zwei Szenen, die sich dort umdrehen. Die erste Szene ist eben auch im Laden vom Simmerl, vom Metzger, der seinem Sohn ein vernünftiges Auto kaufen will, weil der wird jetzt 18. Und es muss natürlich in Bayern, muss es halt ein BMW sein. Ein großer, fetter BMW. Der Sohn ist aber gar nicht so begeistert davon, weil der ist, glaube ich, mehr so ein bisschen so Öko drauf. Polo oder Corsa. Und ich glaube, er ist ja auch vegan. Und er hätte halt lieber gerne sowas wie ein Opel. Oder ein Corsa. Oder ein Polo. Und der Vater so, na, ich kaufe da ein gescheites Auto. Ich lasse mir doch nichts nachsagen. Und die Szene Nummer zwei ist dann halt, wo das Auto Schrott ist. Und der Sohn ja dann sagt, ich wollte ja gleich einen Corsa haben oder einen Twingo. Vorneweg fehlt ihm das Hören, sagt er, als Franz Eberhofer Max erblickt und sieht, dass er halt voll in Gips ist. Dann sagt er so schön, Nina Kaltenkirchen hat eine Telefonzelle. Und genau die nimmt er mit. Und dann sagt er so, ja, es liegt in der Familie, weil Papa Simmerl hat ja auch eine Telefonzelle umgefahren. Und dann sagt halt der Vater so, ja, da war ich vielleicht noch mal ein Stück Sufa. Ist legitim. Also ich finde jetzt, wir so auf dem Auto fahre nicht ganz so legitim, aber okay. Ja. Aber das meine ich damit, dass ich mag dieses Provinzielle, was da irgendwie drin ist. Weil das sind eines zu einem sind es Figuren, die ich jetzt nicht als rückständig bezeichnen würde, Gott bewahre. Die sind schon hier und jetzt zu Hause in der Gegenwart. Und die haben auch durchaus diverse Ansichten. Aber insgeheim sind sie schon so, ja, Provinzbauern, um es mal ganz, ganz drastisch auszudrücken. Weil alleine, dass du halt unbedingt willst, dass dein Sohn ein BMW fährt, ist ja Schwachsinn. Also lass den Jungen halt fahren, was er will. Hauptsache das Ding ist einigermaßen sicher. Der Neopard 2 war in der Vorschlag von Eberhofer. Da trägst du immer ein Parkplatz, das ist klar. Ja. Jedenfalls die Stimmung bei den Friends von Eberhofer ist nicht so gut. Und Eberhofer hat natürlich auch seine Probleme, auch wegen seiner Susi. Das gehört ja auch immer dazu. Und natürlich auch, weil er unter Mordverdacht steht. Also was hilft da am besten? Genau, man geht zu Wirt Wolfi und hört tatsächlich Finn Lissi. Whisky in the Char. Whisky in the Char, ja. Genau. Ich bin mir gerade unsicher, ist es die originale Finn Lissi Variante oder ist es die Metallica? Ich glaube, es war die originale Finn Lissi Variante. Ich glaube auch, ja. Ja. Metallica ist wahrscheinlich ziemlich teuer, die Musikrechte da zu bekommen. Wahrscheinlich. Und dann wird halt gefeiert mit Luftgitarre und mit Whisky. Amy Gertrud, ja. Genau, Amy Gertrud ist auch dabei. Die ist in diesem, ich weiß nicht, wie diese umgedrehten Baby-Rucksäcke. Also der Ignaz Flötzinger dreht. Am Kopf, der dreht sich umgedreht am Kopf mit die Füße nach oben. Nein, ich meine, dass der Rucksack halt vorne ist und nicht hinten am Rücken. Also mehr ein Brustsack als ein Rucksack. Also, ihr wisst, was ich meine zur Not googelt ist. Ja, bitte googelt alle Brustsack. Das ist hier eine gute Idee. Das wird übel enden. Jedenfalls endet das auch ein bisschen übel. Zumindest für, ich möchte mal sagen, Minimum ein öffentliches Blumenbild in Niederklappenkürtchen. Ja, und sie kommen auf die geniale Idee, sie könnten ja eine Blumenkiste nehmen, das hinten an den Jungen sein Auto binden und dann im Kreisverkehr irgendeine Dame drehen. Eine super Idee. Also macht bestimmt Spaß. Während der Flötzinger, die Amy Gertrud im Wirtshaus am Jattenständer hängen lässt. Es sind diese Momente in den Eberhofer-Filmen, wo mir immer wieder so bewusst wird, ach, ich vergesse ja andauernd, der Fratz ist ja eigentlich Polizist. Ja. Der ist wirklich gut darin, seinen Beruf und Berat zu trennen. Ganz ehrlich, ich glaube denen immer auch sofort, dass die eine Menge Spaß hatten. Ich meine, das hätte echt nach tierischer Hütten losgehen können, weil dieses, ich nenne es mal Straßenrodeln, ist, glaube ich, sehr gefährlich. Macht das bitte nicht zu Hause nach, liebe Kinder. Außer euer bester Freund ist ein Dorfpolizist, dann könntet ihr damit durchkommen. Aber man merkt schon, Dann waschen Sie bitte nicht zu Hause nach. Aber irgendwie, ich kann es auch verstehen, weil die sind halt alle gestresst und nach Air-Gitarre und Hochprozentige muss man eben noch ein bisschen Spaß haben. Und ich habe es auch irgendwie ihnen gegönnt. Und was ich mich aber frage, ist, wisst ihr, wem mir irgendwie ein bisschen leid tut? Der Birkenberger. Denn der ist ja nie Teil von dieser Freundesklicke. Das ist das Ding, oder? Dass er auch, dass der Birkenberger auch immer der ist, der die Ferien löst und dass der Franz, also, wir wissen alle, dass der Eberhofer ein schwieriger Mensch ist. Das kriegt nicht nur die Susi zu spüren, also das kriegt vor allem Susi und der Rudi zu spüren, weil er meldet sich dem Rudi halt, wenn er Hilfe braucht, und der Rudi hilft ihm auch und der bittet auch seine Leberkasse wohl an, was, glaube ich, der größte Freundschaftsbeweis ist, dem er machen kann. Aber so, nachdem der halt auch, glaube ich, nicht in den Niederkörnenkirchen wohnt, ist er dann halt da nie dabei. Ey, ich frage mich, jetzt kommt es mir gerade, jetzt habe ich mir so überlegt, also weil ich mir jetzt echt nicht sicher bin, weil ich die Filme zu oft gesehen habe, ob sich jemals die Freunde von Franz und der Birkenberger jemals gesehen haben, weil wenn ich jetzt so die Filme durchgehe, weil mir fast keine Szene, ey, doch, wenn sie dann vor dem Haus feiern und weiß, oder Rudi dabei, ich glaube nicht, ähm, der Rudi ist echt nie dabei, wenn er da mit der Familie oder mit Freunden irgendwie was, was voranstellt. Die begegnen sich nicht. Der hält die Leben komplett getrennt, offensichtlich. Privates und berufliches Treuen, habe ich ja gesagt. Der ist da sehr gut drin. Ich weiß halt gar nicht, ob er da reinpassen würde, aber es tut mir halt irgendwie für die Figur schon leid, weil ich glaube, dass der Rudi auch gerne mal Spaß hätte. Und der Rudi wirkt halt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen stocksteil konservativ. Ich glaube, der Rudi kann auch alleine Spaß haben. Das klingt spannend. Aber ich glaube, der Rudi braucht den Evo nicht, um Spaß zu haben. Okay, machen wir es nochmal kurz. Wir haben noch Susi. Am Ende des Films wird Eberhofer von seiner Oma dazu gedrängt, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Dazu kommt es dann aber leider nicht, denn, weil der Flötzinger ja irgendwie auf so einer, ich sag mal, Vater-Baby-Mutter-Kind-Kur ist. Er muss halt eine Ehe zu retten mal wieder. Genau. Passt halt eben die Susi auf seine zwei anderen Kinder auf und die sorgen dafür, dass die Heiratsantragsstimmung nicht ganz so optimal ist. Deswegen bleibt die Beziehung, Franz Eberhofer und Susi, mal wieder so ein bisschen in der Schwebe. Sie war ein bisschen eifersüchtig, weil er sich eben dann mit der Ivana da immer drauf verhaut und so quasi bei der beim Essen war und was denn das soll. Man hätte vielleicht aus Susi ein bisschen mehr rausholen können in dem Teil, gerade wegen dieser Eifersuchtsgeschichte. Auf der anderen Seite wirklich gebraucht, hätte ich es glaube ich aber auch nicht. Ich bin soweit zufrieden mit dem, was wir mit Susi hier tun, nämlich nicht viel. Wir wissen ja auch, dass Susi in den nächsten Teilen wieder mehr zu tun hat, als jetzt in Riesnocker-Affäre. Ja. Gut. Wir müssen jetzt noch über eine ganz, ganz wichtige oder über zwei wichtige Nebenfiguren reden. Ne, drei, was sage ich ja, drei. Nämlich Oma Eberhofer, Papa Eberhofer und einen Mann namens Paul. Und hier kommen wir jetzt endlich zur Erklärung, warum der Film Riesnocker-Affäre heißt. Theresia, willst du uns kurz nochmal erklären, wer ist eigentlich Paul? Es klingt wie so ein alter Du-darfst-Web-Spot. Paul. Paul ist auch eine Szene, die ich liebe, weil es gibt es glaube ich nicht bloß in Bayern, aber ich kenne es auch von Bayern wirklich so in den alten Dörfern, wenn die, also die Familie ist jetzt beim Essen, also Franz, Oma und der Papa Eberhofer und man hört was ganz Ungewöhnliches, nämlich die Türklocke. Es wird geläutet und die alle fragen so, hä, wird das glitten? Bei uns geht man einfach rein, aber Leute, das macht doch keiner. Und es ist aber, das ist sogar ein Satz, so wie Handelkling. Ja. Und es steht aber auch keiner auf, dass er aufmacht, sondern die bleiben alle sitzen und essen weiter und warten drauf, dass der nicht mehr rein kommt. Und dann kommt da ein älterer Herr rein, der die, nee Quatsch, der Papa Eberhofer geht sogar raus. Stimmt. Ja, genau. Der sagt dann halt, ja, da ist jemand für die Oma da und dann ist das halt hier der Paul. Und wie man da dann an der Reaktion von der Oma erkennt, die beiden kennen sich wohl sehr gut. Es ist irgendwie ganz, ganz süß. Also das spielt die Oma-Darstellerin Nancy Fuchs auch wieder ganz, ganz, ganz hervorragend. Man merkt sofort, sie sieht diesen Mann und der bekommt ja als erstes erstmal eine Ohrfeige und dann ein Küsschen und eine Umarmung. Man merkt schon irgendwie, ja, die Hormone, selbst Mitte, Anfang 80, können die schon mal verrückt spielen. Also man merkt da schon recht schnell, dieser Mann ist ihr wichtig und ist ein wichtiger Teil aus ihrer Vergangenheit. Und wir erfahren ja dann im Laufe des Films auch welcher Teil. Ging es euch auch bei der Erstsichtung so, dass ihr, also so war es bei mir, mir war relativ schnell klar, worauf es hinausläuft? Ja, ich, ich, und mich hat es auch ein bisschen nervt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde diese ganze, diese ganze Power-Geschichte, boah, ich weiß, ich hätte es nicht braucht, glaube ich. Ach doch, ich finde es schon, ich finde es schon nett. Du, also die Oma hat noch so ein bisschen mehr, mehr Hintergrund, finde ich. Und ja, also wo ich auch jetzt sagen muss, es gab halt diese Zeiten dann damals und also ich fand sie schon schön, aber ich glaube, ich habe es nicht von Anfang an gecheckt, was Sache ist, aber irgendwann war es mir dann auch klar. Also kurz für euch, ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen, ansonsten, warum hört ihr diesen Podcast? Aber ich will spoilern trotzdem nochmal für euch. Es geht halt darum, dass der Paul, der ein ehemaliger Geliebter war von der Oma, der ist aber aktuell halt todkrank, hat ein Nierenkarzinom im Endstadion und die Oma bewirtet ihn halt und weil der halt so alt und krank ist, kann der halt eben nur eine Sache essen, so richtig, nämlich Suppe mit Grießknockern, daher der Name mit Grießknockern-Affäre und am Ende kommt halt raus, dass der Paul ein Flüchtling war, die Oma Eberhofer geschwängert hat, dann wieder gehen musste und dann hat die Oma erst halt ihren, ja, ihren Ehemann kennengelernt und er hat sie dann auch schwanger geheiratet, das heißt, der Papa Eberhofer, der Papa von Franz Eberhofer, ja, der hat quasi jetzt ein paar Tage lang mit seinem echten Vater am Tisch gesessen und es gibt, ich würde sagen, das ist die emotional schönste Szene, die die ganze Reihe jemals hatte, wenn der Papa Eberhofer erfährt, dass der Paul halt sein Erzeuger ist und da liegt der Paul, ja, fast schon im Sterben und setzt sich einfach neben ihm und sagt einfach nur, passt schon, das ist großartig, das ist, das ist die beste Moment des Films. Das ist auch wieder so typisch Eberhofer, da ist dann irgendwie, ich glaube, das sagt der Franz Eberhofer oder so Rudi, irgendwie, wenn der Rudi fragt, warum, äh, sei, also der Papa Eberhofer so, die Premiere den letzten Tag schon oder so, war nicht emotional und das sagt da Eberhofer nur drauf, Jo mei, der hat gerade mal erfahren, dass Papa nicht der Papa ist. Ja. Und da haben wir die Sachen auch geklärt zwischen Rudi und Franz, aber das ist so eine typische Eberhofer-Aussage. Ja, und, ähm, also ich mag, ich mag die Serie auch, weil ich, ich, ich erkenne dann so ab und so auch, würde ich jetzt auch meinen Dad quasi im Papa Eberhofer kennen, in der Hinsicht, dass so Wortkarg und Gefühle nicht ausdrücken können und, weil der Paul würde ja quasi gern irgendwas sagen und es sich erklären und so weiter und ist aber auch zu schwach dafür und deswegen hat der Papa Eberhofer eben so, ja, passt schon. Das ist wirklich eine schöne Szene. Ich mag das, wenn Emotionen so verkürzt werden, weil, weil du auch, wie gesagt, es hätte auch nicht zu Papa Eberhofer gepasst, wenn du jetzt eine Szene gemacht hättest. Nein, absolut. Ja, er hat eine Szene gemacht. Seien wir doch mal ehrlich, also der Papa Eberhofer ist ja trotzdem, also er war ja schon ein bisschen eifersüchtig und, ja klar, und wie ein bockiges Kind, wenn die, wenn die Mama einen neuen Freund hat und er ist dann auch zu seinem Spielgefährten quasi obkauen und hat, Alter, zum Mordertschick, das ist so lustig. Ja, also wie gesagt, der Papa Eberhofer, der hat seine Momente, wo er ausrastet, sie auch bei Rega Runde, aber es gibt gewisse Sachen, finde ich, da ist er in seiner Persönlichkeit dann schon eher kurzatmig oder kurzsprachig, weißt du? Und das ist sowas. Also er versteht, glaube ich, schon, der hat ein gutes Radar, die Figur, wann er wirklich ausrasten kann und muss und noch will und wann es halt einfach manchmal gut ist, einmal die Fresse zu halten. Da gebe ich dir, das kann er schon. Ja, und Moracek natürlich, wie konnte ich Moracek vergessen? Ich meine, nach dem letzten Teil, seien wir ehrlich, nach Schweinskopf-Adente, hatte ich ja damit gerechnet, das wird so das neue Dream-Team. Ja? Vergiss, vergiss Birkenberger und Eberhofer oder McCartney und Lennon oder Richards und Jagger, das neue Super-Dio ist Moracek und Eberhofer-Senio, aber leider so richtig viele draus machen, tun sie nicht. Ja, leider. Also, ich finde das auch so schön, wie er dann im Prinzip ja bei Anhalter zum Moracek fährt und dann irgendwie so einen Tag verbringt und dann da der Sohn, also der Franz Eberhofer von seinem Papa dann von seinem Spielgefährten an Verrückseichen wie so ein bongiges Kindes wo zu Hause weglaufen ist, was er eigentlich auch ist im Zeitpunkt, abholt und wieder heimbringt. Im Polizeihauter natürlich. Aber hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass der Moracek irgendwie, wenn er nicht gerade unter Todesangst leidet, irgendwie schon gemerkt hat, so, okay, Eberhofer-Senio ist vielleicht ein netter Kerl, aber Andauer mit dem Zusammensein will ich auch nicht. Ja, ich glaube, da Eberhofer-Senio auch merkt, dass er nicht ständig mit dem Moracek zusammenhängen mag. Ja. Das war sehr schön. Habt ihr noch irgendeine Nebenfigur, über die ihr reden wollt? Nein, ich wollte auch noch sagen, dass diese ganzen, also die ganzen, das wissen wir eh, die Eberhofer-Männer auch ohne ihre Oma komplett nicht überlebensfähig sind oder Birkenberger auch. Ja. Das stimmt. Ja, ich meine, ohne, ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz Niederkaltenkirchen ohne die Oma nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Oma ist ein gutes Stichwort, denn Oma ist ja, ja, sie erfüllt ein relativ klassisches Weltbild, sie ist ja für die Küche zuständig und wir reden jetzt über die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Ja, wir haben es schon angemerkt, in Griesknocker-Affäre der Titel kommt, weil der Gast Paul oder Hofgast Paul halt hauptsächlich Suppe isst mit Griesknockern und ich greife vorweg, ich bin echt kein Suppenfreund und ich glaube, ich wäre genau wie Papa Eberhofer echt angepisst, wenn ich die ganze Zeit nur Suppe essen würde. Wie sieht es bei euch aus? Ich liebe Suppen. Suppen sind geil und ich liebe Griesknocker-Suppen und wie ich auch noch, also wie ich noch Fleisch gegessen habe, ich liebe auch eigentlich Leberknüppelsuppe oder Frittaten-Suppen und Suppen sind einfach geil. Also kann ich nur zustimmen, ich liebe Suppen, ich liebe auch Griesknocker-Suppen. Bei uns gab es dann einmal, wurde dann einmal so das Rindfleisch auch noch mit in der Suppe gekocht, das war dann auch super, da gab es das auch noch mit dazu. Aber ich verstehe es, also jeden Tag würde ich es auch nicht wollen, aber per se, ich liebe Suppen und Griesknocker-Suppen sind top. Ja, definitiv. Du hast keine Ahnung, Klar, also Gemüsesuppen mit Frittaten oder mit Griesknocker sind top und Cremesuppen, also das Tomaten, das ist das Kloblock. Hält mir kurz weiter, was Frittaten, was ist das? Pfannkuchen, die wir alle kennen und nicht jetzt hier das andere Pfannkuchen. Das müssen wir nicht, das Thema müssen wir jetzt hier nicht aufmachen. Kurz zur Erklärung, da draußen intern haben wir öfters die Diskussion, was ist ein Pfannkuchen und was ist ein Berliner und was ist ein Eierkuchen oder Krapfen. Pfannkuchen ist das halt eben, wie jeder weiß, Eiermehl, Pfanne, platt gemacht, deutsche Krepp, sagen wir es so. Ja, und auf Österreich ist halt Ballertschinken. Genau. Genau. Ja, siehst du mal, das zum Beispiel habe ich auch mal gegessen, das fand ich einfach nur, also nicht furchtbar, aber das kickt mich halt gar nicht. Das ist das Beste, das ist gewünscht, also mit Verdaten und dann nach Ballertschinken. Oh, ja. Klingt gut. Bin dabei. Ich muss dazu sagen, dass ich als Kind bei der Tagesmutter war und da gab es gefühlt jeden Tag halt Pfannkuchen. Deswegen bin ich auch kein großer Pfannkuchen-Fan. Deswegen ist das etwas, was mir überhaupt gar nicht liegt. Also ich würde es essen, ist jetzt nicht so, dass ich das mit einem schlecht würde oder ich es ekelhaft finde, aber ich habe, es reizt mich halt nicht. Ich bin wirklich überhaupt gar kein Suppenkasper. Eintöpfe ist was anderes, also für mich ist zum Beispiel eine gute Erbs- und Linsensuppe ist für mich halt mehr was für einen Eintopf als für so eine klassische Suppe, aber was halt die Oma da serviert, ich glaube euch, dass es lecker ist, aber es würde mich halt wirklich nicht reizen. Es reizt mich dann eher, was zu Beginn gegessen wird, nämlich dieses Schweinsbraten, aber dann mit dem richtigen Messer. Schweintaxen. Das reizt mich halt gar nicht. Ja, also mich dann schon eher als Suppe, wobei das, was mich am meisten reizt essenstechnisch in Riesnohler-Affäre, sind die Marmeladen am Ende im Keller. Die eigentlichen Kirschlundbrüchte. Die eigentlichen Früchte. Genau, genau. Weil das braucht meine Mutter halt eben auch und ich weiß halt, wie unglaublich lecker das ist. Das ist wirklich geil. Also eingelegte Früchte oder auch selbstgemachte Marmelade ist halt um 3000 Mal geiler, als das gekaufte Zeug. Das stimmt, natürlich. Das ist mein kulinarisches Highlight tatsächlich in diesem E-Mail-Affäre. Also nein, ich finde die Kriesnohler-Suppe schon ein kulinarisches Highlight. Also die sind gerade Bock auf Suppe, aber es ist viel zu warm für Suppe. Wir haben so viel gemeinsam. Es merkt man einfach, dass wir auf einer Wellenlänge schwimmen. Ja, ich weiß auch nicht, was du da eigentlich machst. Das ist die Hauptcharakter. Das muss ich unterbinden. Das muss ich jetzt einfach unterbinden. Am besten mit einem Thema, wo es nur um mich geht. Nämlich, was der Preuße noch wissen will. Was? Der Preuß noch wissen will? Ich gebe zu, als ich dieses Format mit euch entsonnen habe, dachte ich halt, was der Preuß noch wissen will, ist doch super. Das macht es ja von alleine. Aber ich habe wirklich so gemerkt, recht schnell, in den meisten Fällen ist es nicht so, dass ich irgendwas jetzt nicht wirklich verstehe und es mir schwer fällt, eine Frage zu finden, die ich jetzt vor allem Theresia als Ur-Bayerin stellen kann. Aber ich habe was gefunden und tatsächlich, Theresia, wir wissen ja, du wohnst im wunderschönen Ingolstadt. Heimat von Audi. Und jetzt ist es ja so, dass der Simmel ein großer BMW-Fan ist. BMW kommt aus welcher Stadt? Ich keine Ahnung. Gut. München? Wie ihr seht, sind wir perfekt vorbereitet. Nein, ich wollte einfach nur wissen, ich habe keinen Führerschein, ich interessiere mich null für Autos. Ob BMW, Audi oder Seat, ist mir vollkommen schnurz. Deswegen die Frage an nicht Theresia, du als Bayerin, im Kernzentrum von Bayern zu Hause. Ist BMW wirklich so wichtig für Bayern? Ist das so ein bayerbarisches Nationalstolzgefühl oder sowas? Oder übertreibt der Simmel da einfach? Ne, also es ist ja schon so, also BMW hat nicht, ich habe es gerade gegoogelt, seinen Hauptsitz schon in München und war halt schon immer so, also nicht, also es ist schon, es war schon früher, zu meiner Zeit, wo ich Kind war, immer so, boah cool, der hat einen BMW. Und es waren wirklich so diese großen, ich kann jetzt nicht die Benennung, sondern es waren schon so die großen, limousinenartigen Gefährte damals. Und es war halt dann auch durchaus so auf dem Land immer so das Ding, dass halt so die Bauern, so die betuchten Bauern halt wirklich immer BMW oder auch Mercedes gehabt haben. Also das war schon so ein, es hat schon so einen Stellenwert gehabt. Weil also bei mir war es halt so im Bekanntenkreis und Freundeskreis die Leute, die sich mit Autos auskennen oder die halt Fan von Automobilen waren. Da war halt immer Mercedes die Nummer eins, dann war Nummer zwei BMW und dann kam Audi. Aber ich habe nie so richtig verstehen können, warum, also wo ist jetzt der große Unterschied zwischen einem Mercedes und einem BMW? Also das sind halt beides so, ich sage mal Luxuskeroßen, je nachdem welches Modell du kaufst, aber der eine hat einen Stern und der andere, also okay, BMW hat halt diese sehr einsprächsame Frontpartie. Ich bin heute Morgen an so einem SUV BMW vorbeigelaufen und das war so ein bulliges Gefährt und das sah fast schon aus wie so ein Drache, also wie so ein Maul, was so auf einen zukommt. Ganz, ganz seltsam. Aber die Faszination, die erschließt sich mir nicht. Ich konnte es auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ich kann auch anders sagen, dass wir als, also wir hatten nicht so diese großen, die großen Gefährte, aber als Kind, ich glaube, wir haben auch oft einen BMW gehabt, so meine Eltern. Und war halt auch eine bayerische Marke. Rückblickend, ich komme ja aus der Kölner Gegend und hier war ja Ford lange Zeit sehr aktiv oder ist immer noch aktiv, ich weiß es nicht. Und ich weiß, dass hier die Arbeiter halt viel fortgefahren sind, ebenso, weil wir arbeiten dafür, also fahren wir das auch, vielleicht deswegen. Also Ford war aber auch nie eine Automarke, sag ich mal, die mit, die mit Stolz gefahren ist, aber ich wusste noch, es gab Leute bei uns im Dorf, die haben dann sonntags, die spazieren gefahren, um ihre S-Klasse oder um ihren BMW, was ich, Z3, Z4, keine Ahnung halt, zu präsentieren. Aber ich glaube, wir sind am Ende zumindest jetzt bei unserer BMW-Recherche, außer Kathi hat noch irgendwas. Kathi, was fahrt ihr Österreicher eigentlich so? Meistens was mit vier Rädern. Oh, das ist ja cool, eine Kutsche, toll. Ja, in Wien machen wir noch Kutsche. Okay, dann würde ich sagen, dann hat der Preuß. Ja oder mit zwei, je nachdem. Dann würde ich sagen, hat der Preuß seine Informationen bekommen. Wie gesagt, ich habe nichts Besseres gefunden. Und wir können zu einem Fazit kommen. Das Fazit. Ja, was sagt ihr? Hat er euch gefallen? Ist es einer der besten Eberhofer? Ist es einer der mittleren Eberhofer? Ist es einer der schlechtesten Eberhofer? Wir haben jetzt insgesamt vier besprochen. Wo wollt ihr ihn einordnen, Theresia? Bei mir ist es ganz einfach. Bei mir ist der Nummer eins. Also, ich habe jetzt ja alle Filme mehrmals schon gesehen und Gries und Gaffert ist schon so mein Favorit. Also, der ist schon ziemlich weit vorne. Ich würde ihn auf Platz einsetzen in meiner Liste. Er macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich finde den Kriminalfall auch gut. Er hat, wie gesagt, meine Lieblingsszenen, es ist wirklich die Anfangsszenen und die beiden Szenen mit Familie Simmel, sondern einfach, ich liebe sie, ich könnte die immer wieder anschauen. Ja, also, es ist mein Favorit. bis dato. Ja, ich mag den auch total. Also, wie gesagt, ich bin Fan von dem Konzept. Ich mag die, die Simmel sind, ich mag das mit den Blumenkisten und ich mag einfach Griesnockersuppen. Okay, für mich ist es auch einer der Top-Filme, aber ich glaube, ich würde den Schweinsgub Al Dental einfach noch ein bisschen höher ansehen. Einfach, weil mir da der Kriminalfall besser gefällt, weil ich da finde, dass sie mit dem Schurken halt wirklich einen guten Charakter haben, den sie gerne mal wieder zurückholen könnten. Ähm, aber an und für sich ist das Griesnocker-Affäre ist trotz Griesnocker-Super echt, äh, wieder ein sehr schöner Film und, ja, das war auch ein sehr schöner Podcast. Zumindest für mich. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns bei Folge 5 wieder. Da besprechen wir, oh Wunder, das Sauerkrautkoma. Es könnte vielleicht eine der interessantesten Folgen werden, denn ich, äh, das sage ich schon mal, Sauerkrautkoma ist ganz gewiss nicht mein Favorit der Reihe. Ob das so bleibt, mal gucken, ich wollte ihn mal anschauen. Um ihn anzuschauen, brauche ich aber Ruhe und das kann ich nicht haben, wenn ich hier einen Podcast aufzeichne. Deswegen sage ich jetzt einfach vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tete Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage vielen Dank nochmal fürs Zuhören, das sage ich jetzt zum dritten Mal, scheiß drauf, eben auch zum vierten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Arrivederci, das war bayerisch und heißt Tschüss und dann sagt die Katharina Tschüss und der Theresia Gebüter das letzte Wort. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in die Redaktion des Tele Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.